Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Parkshow, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wir haben heute keine Zeit, wir haben heute überhaupt keine Zeit, wir müssen uns ganz schnell an den Händen nehmen oder eben noch nicht an den Händen nehmen, wobei ich bin jetzt geimpft, ja, nee, lassen wir noch, lassen wir noch, aber wir müssen heute trotzdem schnell los, weil heute gibt's glaube ich viel zu sehen. Wir haben heute eine picke, packevolle Parkshow, denn wir sind heute zu Gast. Wir stehen schon wieder nicht in der Höhle, wobei in den letzten Parks, weiß ich gar nicht, war da eine Höhle? Ich weiß es nicht, aber ist doch egal, wir sind jedenfalls beim lieben Nimsul zu Gast beim MKP Kingdom of the Elements, liebe Freunde. Also es geht heute um Feuer, um Wasser, um Wind, um Erde, um Liebe, ja, vielleicht auch um Liebe, wenn's das nicht als Themengebiet in diesem Park gibt, dann bringe ich euch die Liebe, ich bringe euch die Liebe, ja, ich bin der Liebe-Überbringer, Freunde, und ich werd die ganze Zeit heute nur so reden. Liebe für euch! Liebe, 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 Leute, ich hab doch gesagt, wir haben keine Zeit, äh, lasst uns loslegen, lasst uns loslegen, so, wir gehen hier direkt mal durch, ja, ähm, Leute, es wird ruckeln wie Harry, aber, kann ich auch direkt sagen, mega geil, der liebe Nimsul hat keine Toolkit-Objekte reingebackt, reingebackt. Ja, man bugt einen Park, Leute, man bugt ihn. Äh, keine Toolkit-Objekte, das ist sehr, sehr geil gewesen. Er hat lange geladen, ja, weil es sind auch über 114.000 Teile. Pfff, ja, äh, deswegen, es wird eine extrem, wir sehen das da hinten am Wasser schon, eine extrem laggige Angelegenheit, ja, ähm, es wird ruckeln bis oben hin, und wenn der speichert, wird, glaube ich, komplett alles abbrechen, aber egal, wir müssen da durch, wir müssen da durch, denn wir wollen diesen Park natürlich sehen, wir wollen Kingdoms of the Elements natürlich sehen, dem neuen Meisterwerk vom lieben Nimsul, der ja bekannt ist bei euch, der müsste bekannt sein, ich glaube, mittlerweile ist das der dritte oder vierte Park sogar, den wir hier, äh, reviewen quasi, und ja, da, äh, bin ich auf jeden Fall schon mal, äh, sehr, sehr gespannt, was denn dieses Mal hier Sache ist. Es wird auf jeden Fall natürlich wieder top-notch auf höchstem Niveau sein, da bin ich mir relativ sicher. So, hier steht Hotel Melstrom und Indoor-Park. Ähm, ah, okay, gehälten einen Schienenbahnen. Okay, gut, damit fahren wir jetzt erstmal nicht, wir gehen jetzt erstmal in den Park, würde ich sagen, und da gucken wir, dass wir im Park zu diesen, äh, wunderbaren Sachen finden, oder? Das würde ich schon sagen. Leute, ich habe natürlich ein Premium-Ticket vom lieben Nimsul bekommen, ja, damit komme ich überall rein, überall umsonst, ich kriege überall, äh, Bier und was zu essen, oder? Nimsul bestimmt und habe sogar eine eigene Suite im, ich glaube sogar im Hotel Melstrom, was da eben schon stand. Leute, ich bin gespannt, ob wir das finden und ich bin gespannt, äh, was uns hier heute alles erwartet. So, hier haben wir natürlich die Ticket-Häuser, ja, die sind natürlich alle da und dann haben wir hier hinten die Namensblöcke, ja, hier sind überall Namen von Wegbegleitern, wahrscheinlich von YouTubern, von, hier ist zum Beispiel der liebe Elia, ja, Alias, äh, Midorka, ähm, ja, also viele Namen, ihr seid natürlich alle auch herzlich von mir gegrüßt. Äh, finden wir mich schnell? Leute, wir haben keine Zeit. Ich glaube nicht, dass wir mich jetzt hier schnell finden, oder? Bin ich da überhaupt drauf? Das ist ja auch erstmal die Frage. Bin ich da überhaupt drauf? Weil ich habe ja schon, ich habe ja auch schon einen Raum, ja, ich habe ja schon eine eigene Suite. Ich glaube nicht, dass ich hier noch draufstehe. Aber das ist auch vollkommen legitim. Alle rasten aus, ist auf jeden Fall dabei. Auch herzlich gegrüßt. Bin ich jetzt vielleicht auch schon, äh, ja, haben wir vorbeigegangen, ich weiß nicht. Aber da hinten sind da, glaube ich, auch noch welche gewesen, oder? Ja, da sind noch mehr. Och, muss jetzt alle durch. Finden wir, finden, da! Da bin ich ja wirklich. Ah, ich bin ja wirklich da. Ah, Leute, da bin ich. Hallo, Brilli, na? Vielen lieben Dank, lieber Nimsül, dafür. Äh, ja, und wie gesagt, alle anderen, die hier stehen, seid herzlich gegrüßt. Ähm, ja, den ein oder anderen Namen kenne ich natürlich auch. Sehr, sehr, sehr fein. Also hier auch die Ahnentafel quasi. Dass ich auf so einer Ahnentafel stehe, stehe. Wow, wer hätte das gedacht? So, wir sind da. MKP Kingdoms of the Elements. Und es ist sogar ostermäßig angehaucht hier. Schön mal die Eier hier oben auf den Buchsmäumen. Ja, warum denn auch nicht? Ostern ist ja noch nicht lange her. So, Leute. Wir kennen das von den MKP Parks. Man geht da erstmal durch so ein natürliches, äh, naja, okay. Ist jetzt vielleicht nicht ganz natürlich. Aber durch so eine, äh, Höhle irgendwie rein. Ja, wie wir es normalerweise auch in der Parkshow haben. Und die ist ja ganz schön bewaldet hier. Mein lieber Scholli, das ist ja ein grüner Bogen mit sogar oben auch ein bisschen Steampunk, ja. Mit ein paar Gears, mit ein paar Zahnrädern da auch noch. Und dann haben wir hier den Mond, wir haben die Sonne. Also es scheint hier heute tatsächlich, äh, um Natur zu gehen und um die, äh, Elemente. Und wir sehen hier auch noch, geht da mal drauf, abonnieren, ja. Nimmst du, meine lieben Freunde. Da seht ihr wahrscheinlich viele Kreationen oder wie er auch diesen Park hier gebaut hat. Also da, äh, gibt es sehr, sehr viel Planet Coaster Content. Ich glaube sogar auch Planet Zoo, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aber da müsst ihr mal selber gucken. Da müsst ihr mal selber gucken, Leute. Was für ein imposanter Eingang, oder? Boah, da geht man hier durch und ist hier, äh, das ist ja fast schon futuristisch, ja. Das ist ja richtig krass. Und was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was? Design und, äh, okay. Siehste, da steht's. 100 Episoden auf seinem Kanal auch zu sehen, wie das hier alles entstanden ist. Also sehr, sehr interessant. Da braucht kein Mensch mehr Fun, Libby. Da kriegt er genug, äh, Content, wie man etwas baut. Und, äh, ja, sogar ein Shoutout to his mom, ja, von mir auch. Sei gegrüßt, äh, nimm Sulz's Mom. Ähm, einen coolen Sohn hast du da gemacht. Coolen Sohn. So. Auf jeden Fall, äh, was haben wir hier? Das ist hier, Void Citadel, Liveboro, Crystal Caves. Sind das? Cates of Time, Spring Falls, Ocean Watch. Ist das so eine Art Parkkarte vielleicht? Kommen wir in diese ganzen Themengebiete? Haben wir so viele Themengebiete? Oh, da bin ich aber gespannt. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, ne? So, hier kann man natürlich auch seine Sachen einschließen, hier unten. Ja, da ist der Locker-Bereich. Ja? Da wird locker mal gelockert. Also, auch sehr cool gemacht. Da sind wir hier in so einer Art Wüste auf einmal drin. Also, ich bin sowas von gespannt. Ja? Sowas von gespannt. Ja, das sieht ihr auch schon. Guckt euch mal das hier an wieder. Das ist typisch MKP, finde ich. Extrem viele Details, jedoch jetzt nicht so, so Kleinscheiß. Der schafft es auch irgendwie aus relativ großen Teilen irgendwie, ähm, extrem geile Bauwerke zu schaffen. Ja? Und das hier sieht einfach wieder hervorragend aus. Hervorragend. Richtig geil. Parks Boat. Ah, okay, das ist auch wieder... Also, man hat hier auch viele Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Hier halten jetzt die Boote, die einen Richtung Ocean Watch bringen. Das ist richtig geil, ey. Man fühlt sich hier wirklich wie in so einer, äh, äh, Stadt in der Wüste irgendwie. Ja, fast schon wie bei Star Wars. Ich weiß jetzt nicht, wie der Wüstenplanet heißt. Tatooine? Ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich mit Star Wars nicht so gut aus. Ähm, aber so fühlt man sich so ein bisschen. Überall natürlich Transportbahnen erstmal. Also hier auch. Ja? Sogar der Parkexpress hier am Start. Das ist schon krass. Gibt es hier hinten auch noch lang? Ja, sicher. Gates of Time. The entrance to the kingdom. The only permission of course you will discover. Okay. Also hier geht man lang und ich glaube tatsächlich, dass man dann wirklich, äh, in diese Themengebiete transportiert werden muss. Okay, das ist jetzt... Das ist ein Ausgang. Das ist ein Ausgang. Offensichtlich. Grand Resort. Classic World. Achso. Hä? Was ist das? Festival? Classic World? Ground Resort? Columbus World? Sind das irgendwie alte Teile von den Parks? Da kann ich mich aber nicht daran erinnern, wenn ich die Namen habe. Egal. Wir gehen jetzt hier rein, Leute. Hier ist der Parkexpress. Also. Hier erstmal die Transportbahn. Und das ist jetzt echt mal auch ein bisschen anders, als wir das normalerweise kennen. Da ist dann der Eingang, da führt die nur eine, äh, Transportbahn, äh, entlang. Ne, hier haben wir extrem viele. Wir hatten ja hinten schon die Einschienenbahn, dann haben wir die Boote und da auf der anderen Seite jetzt auch noch den normalen Parkexpress. Also extrem viele, äh, Transportmöglichkeiten. Und das lässt natürlich auch einen relativ großen Park schließen. Und Leute, guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Dieses, allein dieses Design hatten wir so noch nicht, ja. Das ist mal wieder was komplett Neues. Und das ist ja auch das komplett Schwierige hier bei Planet Coaster, ja. Mal Themengebiet. Natürlich ist das irgendwie wüstenmäßig. Aber es hat ganz eigenen Touch. Allein mit dieser Achterbahn hier drüber. Richtig geil sieht es aus. Giftshop. Ja, ich weiß jetzt nicht. Wir gehen jetzt im Uhrzeigersinn auch, ne. Wir gehen jetzt im Uhrzeigersinn. Crescent Moon. Kronos. Sunshine Lake. Wir werden sehen, wann wir hier, wir werden, wir werden aber mal marschieren. Leute, wir marschieren einfach mal. Und das hier sieht ja auch geil aus. Das sieht auch geil aus. Ja, einfach mal so ein Fenster aus verschiedenen Scheiben. Voll. Tatsächlich ein Giftshop hier drin. Boah, mega, oder? Dann schön die Fensterscheiben immer rausgucken kann. Bowlingkugel kann man sich hier kaufen. Leute, der möchte nicht in einem Park eine Bowlingkugel kaufen. Und damit den ganzen Tag durch die Gegend gehen. Ist doch geil. Was so ein riesiger Fanshop ist das denn hier eigentlich? Richtig geil gemacht, ja. Und dann alles gefiemt hier drin. Hervorragend. Und der Parkexpress seht sogar hier durch. Ja? Richtig geil. Haha. The Crescent Moon. Ach, das steht in drei Sprachen da. Ich dachte, das wäre so ein langer Text. Okay. Hey, wenn die Nacht hereinbricht, gehen die Bürger von Crescent Moon auf die Straße, um den Besuch ihrer Königin zu feiern. Und ohne Unterbrechung zu tanzen, bis ihnen allen schwindelig wird. Okay. Scheint ein feierwütiges Volk zu sein. Ja? Hier auf dem Crescent Moon. Wir gucken uns das an. Tatsächlich direkt in einem ganz anderen Thema drin. Ja? In einem ganz anderen Themengebiet hier drin. Es fühlt sich anders an. Es sieht anders aus. Und das ist richtig geil. Und jetzt fängt er an zu speichern, oder? Nee. Ein Glück. Ach, ich hätte vor dieser Folge echt das mit dem Speichern mal... Der liebe Benutzername hatte mir eine Anleitung geschrieben, wie das geht. Doch, der speichert doch hier. Was macht er denn jetzt? Man weiß nicht. Das fühlt sich hier echt ganz anders an. Ruhig. Es fühlt sich ruhig an. Wie in so einem kleiner Park. Bis jetzt habe ich auch nichts verpasst, oder? Hier geht's rein. Hier geht's rein. Ist das jetzt Crescent Moon? Schon, oder? Und, Leute... Guckt euch das an. Allein jetzt gerade, ja, mit der Stimmung hier des Sonnenuntergangs. Ist das geil, oder ist das geil? Also, das ist stimmungstechnisch, äh... Das Beste, was MKP bis jetzt gemacht hat. Ja? Allein dieses Bild hier, gerade mit dem Sonnenuntergang. Das kannst du nicht mehr besser machen. Das ist ja... Das ist ja eine andere Welt. Das ist ja eine andere Welt, ist man ja hier, ja? Dieser Brunnen... Auf einem friedlichen Planeten sind wir gelandet, ja? Auf dem es ein schönes Kinderkarussell gibt und eine Achterbahn. Sehr geile Bänke hier. Oh, Leute, ey. Geil sieht es denn aus. Screenshot-mürdig. Ja? Und wir sehen jetzt auch bei Nacht, es ist alles mega beleuchtet. Aber richtig gut beleuchtet. Hat hier alles so ein lila Touch. Sieht richtig geil aus, einfach. Geht's dir jetzt im Kinderkarussell wahrscheinlich, ne? Ja. Auch hier. Allein diese Schnörkelung, das passt einfach in dieses Gebiet herein, ja? Ach, toll. Toll. Einfach grandios. Und ich würd hier ewig verweilen, glaub ich. Äh. Weil es so schön aussieht, einfach. Ich möchte das an. Wie viel Arbeit hast du denn bitte hier reingesteckt? Du bist doch irre. Du bist doch irre. Ist das hier? Was ist das hier? Ist das hier? Was ist das denn hier? Powered by... Rai Rai 2312. Das ist ein Spinning-Coaster, auf dem wir uns jetzt hier befinden. Das ist aber nicht der Coaster, den wir gerade gesehen haben, ne? Little Moon. Ach, Leute. Es ist doch immer dasselbe hier mit euch. Das weiß ich nicht. Ich glaub, das hier ist der Start, oder? Das ist der Start. Hier geht's erstmal hoch. In das Gebäude rein. Wir gucken uns das an, während ich mal die Nase putze, Freunde. Die ist schon wieder zu. Ich weiß nicht, was das soll. Immer bei anderen Let's Plays ist das nicht. Das ist immer nur hier. Ich weiß nicht. Vielleicht einfach... Könnte sein, dass... Weil ich hier überhaupt nicht Luft hole. Ich rede einfach die ganze Zeit, ja? Ich rede die ganze Zeit, hole keine Luft. Und dadurch, äh, vielleicht... Mütter die Nase. Vielleicht muss ich mal ruhiger machen. Einfach auch mal durchatmen. Ist das schön. Leider halt extrem ruckelig heute. Aber da kann ich auch nichts dran ändern, ja? Neue Grafikkarten kriegt man keine mehr. Ja? Die Chip-Note, äh, lässt grüßen. Doch, man kriegt sie. Für 10.000 Euro, ja. Also ein sehr... Das war schon der Anfang. Sehr geil. Das ist ja quasi ein, ein, äh, Kindercoaster in, äh, Spinning-Form, ja? Hat schön seicht, schön sachte, äh, Umdrehungen. Nicht schnell, ja? Und der führt hier richtig geil durch dieses Thema durch. Das ist ja richtig cool. Das ist richtig cool. Hatten wir auch noch nicht. Wir hatten diese Spinningcoaster, die rasten immer in jedem Park komplett aus, ja? Man knallt sich, äh, man verrenkt sich den Nacken. Man verliert fast seinen Schädel. Äh, und das hier sieht ja auch geil aus. Oh, Leute, ich hab selten, muss ich jetzt wirklich auch mal sagen, ich hab selten einen schöneren Bereich gesehen, als hier Crescent Moon. Ja? Das muss man aber auch mal sagen. Es ist richtig, richtig schön einfach. Einfach schön. Ach, das ist er hier. Das ist er hier, okay. Jetzt frage ich mich aber trotzdem immer noch, wo geht's zu der großen Achterbahn? Sind wir hier in einem Dead End? Wo sind wir denn hier? Ausgang. Ach, sehr gut. Er hat auch noch Ausgangsblöcke dahin gemacht. Wunderbar. Ich glaub, hier. Hier geht's rein, oder? Das sieht mir danach aus. Luna Eclipse. Oh ja. Oh ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und da gehen wir nochmal rein. Und man sieht hier auch, alles ist gethemet. Und das ist bei Schiffzi gepowert. Den kennen wir auch. Hatten wir vor einigen Folgen. Ein Park von Schiffzi. Und der war auch aber sowas von genial. Der stand hier, nimmst du nicht in viel nach. Das kann man sagen. Das sind beides extrem gute Kreatöre. Ja. Und ein sehr, sehr ausgiebiger Anstehbereich. Das ist nochmal eine Art Spinning. Aber, nee, das ist... Ja, doch, die spinnen auch. Das ist jetzt nicht kaputt gegangen, oder? Och, Leute. Geht das schon wieder los, weißt du? Da ist ja alles perfekt. Wir müssen auch ein bisschen ruckeln. Und dann gehen hier jetzt die Attraktionen kaputt. Mach jetzt, mach. Mach es ganz. Er bewegt dich. Aber wir setzen uns schon mal rein. Wir setzen uns schon mal rein. Dann habe ich nicht gerade hier. Möp, möp, möp. Ja, der hat auch Bock bei seiner Arbeit. Hat er Spaß. Was denn jetzt? Achso. So, jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Mach hinne da. Das ist immer noch rumwerkeln. Ja, los. Die liebe Paula möchte das Knöpfe drücken hier. Na, danke schön. Das dauert ja ewig. Was ist das da für ein Button? Kann sein, dass er die Zeit da irgendwie vielleicht einstellt. Ich weiß es nicht. Ich habe dieses Zeit-Tool noch nie benutzt. So, äh, habe ich überhaupt testen geklickt? Geht es hier gerade los? Oh, ich habe keine Ahnung, ne? Warte mal. Hola? Aha. Dankeschön. Es geht los. Das ist aber auch nicht der... Ist das der große Coaster? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, dass da oben... Ist schon dieselbe Schienenfarbe, aber... Das ist doch ein anderer große... Ist das... Ne, das ist der, ne? Das ist ja krass. Ist ein bisschen orientiert, finde ich, an hier, äh... Ach, na, wie heißt der denn? Die Euromir, oder? Das sind auf jeden Fall die gleichen Wagen, oder? Ein sehr ruppiges, äh, Unterfangen. Ein sehr ruppiges Unterfangen auf der Euromir. So. Mal gucken, ob das hier auch so ruckelig ist. Also es geht erstmal in kleinen, äh, Schüben nach oben. Aber die, die Gebäude hier... Ei, 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 sind die geil, oder? Ei, ei, ei. Ei. So. Jetzt sind wir hier oben. Tatsächlich, das ist so... Fühlt sich so ein bisschen an, wie auf diesem, äh, Euromir-Ding. Ist das überhaupt Euromir? Ja, ne? Oh, Leute, das ist sehr leggy jetzt. Es ist sehr leggy. Ja, was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Ich könnte natürlich hier komplett die, äh... Optik runterschrauben, aber da haben wir ja auch nichts von. Das hier ist ja nun mal auch ein Format, wo es einigermaßen schön aussehen soll. Ja. Aber da müsst ihr mir, äh, ein paar tausend Euro spenden, damit ich hier einen besseren PC, äh, äh... Krieger. Aber selbst da wird es auch lecken. Ja, dieser PC, den gibt es noch nicht. Der das hier, äh, ruckelfrei darstellt. So, auf geht's, Leute. Es geht runter. Wuhu. Schön an dem Felsen vorbei. Gerauscht hier, liebe Freunde. Ab ins Lila. Sehr schön hier, die Airtime. Höchstwahrscheinlich. Ja, Speed-Technisch kann man hier nicht viel sagen. Und jetzt wird sie gedreht. Sehr schön. Leute, und das sieht auch im Hellen geil aus. Beim Dunkeln hat es noch mehr, äh, Flair, wie ich finde. Aber auch im Hellen, ja, ein absolut geiler Bereich einfach. Es geht noch mal hoch. Also, ist tatsächlich dann auch nur eine Ecke länger? Die ganze Nummer. Mega. Das ist schon irgendwie, äh, äh, monumental, oder? Das ist schon irgendwie monumental. Mega gut. Mega gut. Dann geht's runter. Oh, allein das Gefühl, ja. Der scheint hier auch nicht ganz so ruckelig zu sein, wie der im Europapark. Aber, dieses Gefühl, sich dann da reinzudrehen, quasi noch in die Kurve, geil. Tatsächlich ein echt langer Coaster. Wobei, natürlich muss man die ganze Ruckelzeit abrechnen. Dann sind wir vielleicht was schneller. Aber, man kriegt hier richtig was für sein Geld, ja. Hier sogar jetzt in die Katakomben rein. Und man sieht nicht, wohin es geht. Es wird düster. Wow. Okay. Es wird richtig dunkel. Wo sind wir denn jetzt? Komplett neue, äh, äh. Komplett neue Welt hier unten. Im Crescent Moon quasi. Ist das da ein Geschenkecoaster? Sihi, wo ist der denn? Hört der auch zu diesem, äh, Themengebiet hier? Oder treffen die sich hier unten nur? Das ist ja auch eine geile Idee, oder? Dass die, äh, in den einzelnen Elementen dann quasi sich unterirdisch noch irgendwie treffen. So, dass alle Elemente miteinander verboben und connected sind. Geile Idee. Weiß ich nicht, ob das da eine Idee war. Das ist jetzt meine Idee. Okay, hab ich jetzt, äh, kreiert. Mega geil. Leute, mega geil. Machen wir mal wieder, wir gehen mal hier wieder raus. Scheint auf jeden Fall Lunar Eclipse gewesen zu sein. Super. Geiler Coaster. Auf jeden Fall. Auch gar nicht mal so rasant, wie man wieder von außen aussieht. Man hat ja erst gedacht, das ist vielleicht eine Art Abschusscoaster. Und man kriegt hier richtig schön, äh, das Nasenbein durchblutet. Aber, ähm, nö. Es geht. Es geht. Also, da kann man schon fast mit der ganzen Familie drauf, oder? Aber ich verlaufe, ich werde mich hier verlaufen bis oben hin, Leute. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich weiß nicht, wo wir hier sind gerade. Ich weiß nicht, wo wir hier weiterkommen gerade. Äh, hier waren wir, hier sind wir hergekommen. Musste ich da, warte mal, hier steht's doch. Hier geht's Richtung Lunar Eclipse und Spring Falls. Und da geht's zurück. Ja, da gehen wir jetzt Richtung Spring Falls. Aber wo war denn da der Aus, äh, der Ab, der Gang dahin? Das war ja bei den MKP-Parks immer ein riesiges Plus, dass er tatsächlich, ähm, immer so eine Art Rundgang auch baut, ne? Das ist natürlich geil. Hier hinten geht's, glaub ich, nach. Hier hinten geht's, glaub ich, nach. Da sind wir gerade einfach falsch abgebogen. Und hier gibt's natürlich auch überall ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Ach, Leute. Und es sieht einfach so geil aus. Es ist gar nicht mal so die Riesenfläche hier, das Ganze. Aber er hat das sehr, sehr gut verschachtelt, ja? Und hier geht's jetzt langsam wieder raus aus dieser wunderbaren Stadt, aus dieser wunderbar futuristischen Crescenten-Stadt. Toll. Richtig geil. Und dann geht's hier Stuff Only. Okay, da müssen wir hier weiter. Ich dachte, da wird's irgendwie weitergehen. Aber nein, Stuff Only. Und es sieht auch von außen, sieht's geil aus. Okay, jetzt kommen wir zu den Waterlands. Spring Falls. Was haben wir da? In den ruhigen Hügeln von Spring Falls lieben die freundlichen einheimischen Kinder Leben. Und versuchen immer die bestmöglich, und versuchen immer sie bestmöglich zu pflegen. Ach so. Lieben die freundlichen einheimischen Kinder. Ah, das ist ja auch groß... Ah, ist ja ja, wurscht. Versuchen immer sie bestmöglich zu pflegen. Einschließlich ihren großartigen Käses. Okay. Äh. Die Kinder produzieren Käse? Oder mögen die einfach auch Käse? Keine Wasserwand. Keine Wasserwand. Der Käse irritiert mich. Da müssten ja eigentlich dann hier irgendwo Kühe sein. Oder woher kommt der Käse? Also man hat hier tatsächlich in diesen einzelnen Themenbereichen dann auch immer erstmal so ein bisschen Ruhephase. Ja, und dann geht es rein quasi in die jeweilige City. Und jetzt sind wir hier wieder ganz woanders. Ja, jetzt sind wir hier wieder ganz woanders. Ganz eigen. Hat was von Märchenwald. Ja. Hat ein bisschen was von Märchenwald hier. Aber es sieht mega aus. Ganz eigene Farbgebung auch hier wieder. Wir kommen quasi von diesem etwas lilanen. Kommen wir jetzt zu dem Türkis. Was natürlich an Wasser erinnert. Klar. Also hier viele Wasserfälle. Was ist hier? Fischer Cottage. Okay. Vielleicht kann man sich da seinen schön abgehangenen, geräucherten Fisch holen. Das kann natürlich sein. Im Café Parkexpress. Der Parkexpress hält hier auch. Ausgang. Parkexpress höchstwahrscheinlich. Also wirklich. Es geht ja auch sogar hier hoch. Ja. Also auch nochmal schön hier die Berge auch eingebaut. Der Cheese heißt. Nachtzeit nicht erforderlich. Okay. Dann gehen wir da rein. Tatsächlich sieht das aus wie eine Fabrik. Und da sind überall die Käseleiber. Sehr geil. Hier sieht es wirklich aus wie in einer Käsefabrik. Und das hier gibt es? Was ist das denn, wenn das nicht auf dem Toolkit-Objekt ist? Krass. Geht's hier runter in die Käse-Katakomben, in die KKs. Oh, Powered by DH Games. Ah, du seien es natürlich auch gegrüßt. Da bin ich natürlich jetzt mal gespannt. Überall die riesigen Käseleiber. Man kann sich gar nicht ausmalen, wie das hier riecht. Was ist das denn für ein Coaster? Den habe ich ja noch nie gesehen. Natürlich kaputt. Wir sind wieder so weit, dass hier alles kaputt ist. Aber so ist es. So ist es halt. So, dann mach du mal hier ganz jetzt. Aber ganz schnell. Was ist das hier? Das ist der richtige Oldschool-Coaster, oder? Seit wann gibt's den denn? So, lass erst mal schon mal reinsetzen hier. Nee, geht nicht. Ich muss erst mal auf Test machen. Dann macht der wieder nix. Sonst macht der Julius nix. Aber es ist Zeit, mal einen Schluck zu nehmen. Schluck Wasser. So. Ach Gott. Oh, nix. Danke fürs Reparieren. Ricardo. So. Dann können wir jetzt hier auch testen gehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stopp. Julius. Komm, nehmen wir den einfach. Danke, Julius, fürs Drücken. Und da ist auch schön so ein bisschen Happy-Music. Und ich finde, das passt auch hier einfach. Ja? So eine kleine Käsebahn einfach. Ich finde, das passt, oder? Schöne kleine Käsebahn jetzt hier. Schön mal den Elbenthaler auspacken. Schön mal die Hand in so einen lauwarmen, äh, äh. Wie heißt denn dieser Weichkäse da? Ihr wisst schon. Fiadelfia oder so. Nee, der heißt anders. Germont. Ich bin kein Käse-Experte, muss ich dazu sagen. Ich mag eigentlich nur Gouda, Mozzarella, äh, Emtala. Man hört es eigentlich, ja, und ein paar Weichkäse hier. Weiß ich nicht. Frischkäse mag ich natürlich auch. Aber ich bin kein Käsefreund, der so, äh, extrem, ähm, viele Geschmäcker hat. Da irgendwie so einen starken Geschmack hat. Bin ich kein Freund. Sehr geil. Oh, hier ist die Käsehöhle. Hier ist die Käsehöhle. Da haben die, da haben die ein bisschen Käse geklaut. Gemopst, sagen wir, ja. Schöne Erdheim hier. Das ist schon ein witziger Coaster, ja. Können zwei Leute rein in so eine kleine Kabine hier. Und dann fährt er hier schön mal durch die Mäusefabrik, äh, Käsefabrik. Erinnert auch irgendwie so ein bisschen an hier die Mäusejagd. Die Phantasial oder wie das heißt. Drei mit Fallen. Wow. Sehr, sehr geil. Und auch hier wieder die Spezialität von, äh, Nimsul, ja. Mit wenig Theming. Eigentlich, oder mit wenig Teilen. Nicht mit wenig Theming. Sondern mit wenig Teilen viel Theming zu generieren. Oh, da sind die Mäuse sogar an der Decke. Die Ratten. Happy Music Time. Sehr, sehr cool, ey. Also, geiler Coaster, muss man sagen. Geiler Coaster. Das gefällt mir. Ist auch wieder was, was wir überhaupt noch nicht hatten, ja. Also, ne, muss man einfach sagen. Muss man einfach sagen. Da hat er Ideen. Der hat, der Mann hat Ideen. Der Mann hat Ideen. Und das ist schön. Und hier haben wir auch so ein kleines verwunschenes Karussell noch. Riesenrad haben wir hier auch. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ich bin, ehrlich gesagt. Riesenrad dreht hier seine Runden. Das sieht hier auch einfach sehr, sehr verwunschen aus. Sehr, sehr schön. Hier ist kleines Kinderland, habe ich das Gefühl, ne. Also, es scheint schon an so ein Märchen- paar, äh, Märchenteil angelehnt zu sein, ja. An einen Märchenbereich. Und, äh, da ist es ja klassisch, dass, äh, es eher was für Kinder gibt. Und für Familien. Und das ist hier hervorragend ausgearbeitet. Oh, Leute, ey, ich kann nur sagen, ne. Wir sind ja alle, wir laufen ja alle mittlerweile auf dem Zahnfleisch, was Parks angeht. Ähm, ich will auch. Ich will sowas von derbe gerne in jetzt in irgendeinem Vergnügungspark. Ey, mir ist auch scheißegal in welchen, ja. Ich will rein. Ich will rein, Leute, in neue Welten. In andere Welten. False Journey. Was ist False Journey? Da geht's hier, oh, guck mal, hier. Da geht's ja hier richtig, da muss man ja Bergsteigerausbildung für haben, hier. Geht's ja richtig hoch. Ist das eine Art Kletterwald hier? Ja, ne? Da musst du hier erst mal hochklettern, oder was? Was ist das denn? Ernsthaft? Ich muss hier hochklettern. Das ist ein Kletterwald hier. Und da kannst du hier dich einhaken und hier schön mal rüber cruisen. Wie geil ist das denn? Ein Kletterpark hier. Ein Kletterpark. Und die, die nicht hochklettern wollen, können hier die Treppe hoch. Das ist ja auch geil. Das ist ja auch geil. Und da kannst du hier ins Mühlhaus äh, äh, sliden, ja. Da muss Ideen haben. Da muss Ideen haben, wirklich. Und hier unten haben wir sogar eine kleine Freilichtbühne, ja. Hier sind wieder die vier lustigen drei, die hier ein bisschen was singen, ja. Ein bisschen was auf die Ohren hier. Komm. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Du saps? Wie, ich wohne nicht hier drin. In Hobbingen. Ich will hier wohnen. Ich will hier wohnen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Er hat einfach Hobbingen nachgebaut, Leute. Ich will auch so einen Raum. Richtig geil. Geht's nicht in jedes Ding da rein. Aber mega, oder? Vor allem hier auch, die können dann alle hier auch schön baden gehen, einfach. Wie geil ist das denn? Fett. Einfach nur Fett. Hier hält natürlich auch der Park Express. Also hier tatsächlich eher so ein kleines Kinderland, ne? Hier ist ein Kinderland. Da hält der Park Express auch ein wunderschönes Gebäude. Toll. Richtig, richtig geil. So, jetzt sind wir aber, sind wir jetzt richtig? Das Schieß heißt, jetzt gehen wir Richtung Oceans Watch. Jetzt gehen wir Richtung The Waterlands. Ocean Watch. Ohne Angst vor der Wut des Ozeans genießen die stolzen Bürger von Oceans Watch die geschäftige Atmosphäre seiner Straßen und Kanäle in direkter Verbindung mit dem Meer. Jetzt bin ich gespannt. Kommen wir wieder in ein... Das ist wieder so. Also wieder erstmal Ruhe. Ja, erstmal ein Weg einfach nur, der dann wieder in das Zentrum führt. Ich finde das mega geil. Ich finde das mega geil. Ja, vielleicht ist es nicht ganz realistisch, weil die Leute keinen Bock haben, hier nochmal lang zu latschen. Aber warum denn auch nicht, ja? Sie sollen mal ihre, ihre Füßlein anstrengen. Und jetzt kommen wir hier in die Water City, Leute. Jetzt kommen wir hier in die Water City. Und Leute, guckt euch das an. Das sieht ja auch wieder... Oh, Leute, ist es schon wieder... Es hat noch, klar, es hat noch so ein bisschen... Aber das grenzt ja vielleicht doch einfach an den Ort, wo wir gerade drin waren. Es hat noch ein bisschen Burgencharakter, aber sieht dann doch deutlich opulenter aus als der Märchenbereich gerade. Richtig geil. Was haben wir hier? Pride of the Sea, Mare Magnum und Storm Valley haben wir hier irgendwie zu erkunden. Auch schöne Info hier nochmal, falls man sich hier... Falls man sich hier irgendwie mal verläuft oder was. Und das sieht... Ach, Leute. Es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Und wie gesagt, wohlgemerkt, ohne Toolkit-Objekte. Alles im Spiel enthalten, was wir hier sehen. Und hier einfach mal... Weißt du? Hier einfach mal hinsetzen. Hier hinten, den letzten Hogger will ich. Den letzten Hogger und einfach mal genießen. Ach, toll. Endlich kaputt. Einfach mal genießen. Mare Magnum. Ist das die? Powered by Wix. Okay, was ist Mare Magnum? Leute, wir gucken uns das an. Wir gucken uns das an. Da kennen wir nix. Mare Magnum. Ist das der... Ah, das ist der Watercoaster, Freunde. Ist natürlich auch kaputt. Klar. Das müssen wir erstmal reparieren, das Ganze gelöst. Hier, oder? Ja, muss ja. Go, go, go. Go, go, go. Klaus-Dieter, reparieren wir die ganzen Scheiße hier. Machen wir hier schön mit... Schraubi. Schraubi, schraubi, schraub, schraub. Schraubi, schraubi, schraub, schraub. Schraubi, schraubi, schraub, schraub. Schraub mal etwas fest hier. Und dann auch noch da. So. Geht wieder der ganze Kurs da. Geben wir rein. Wollen wir mitfahren. Denn der Luis, der drückt das Knöpfchen. Wir machen feste. Und sind ganz hinten, wo wir hingehören. Alter, wie viele Boote sind das denn? Danke, Luis. Dankeschön. Es geht los. So, was erwartet uns auf dem Watercoaster, Freunde? Splash. Mehrere Lifthills. Geiles Steaming. Ist optional. Wäre natürlich richtig geil. So ist es ja sowieso hier. Es ist ja schon alleine vom Außenbereich her so geil eingebettet, dass du ja fast gar nichts mehr brauchst. Guckt euch ja allein den Turm hier an. Ja. Und die Schiffschaukel. Oh Gott. Wieso gibt es so extrem kreativ gute Leute, oder? Fragt ihr euch das auch manchmal? Ich frag mich das. Wie kann man so gut bauen? Was muss man geschluckt haben? Wofür muss man sich interessieren? Wie wurde man erzogen? Was führt dazu? Toll. Es geht runter, Leute. Ab, Watercoaster. Wir schauen uns das an hier. Sehr schön smooth hier. In die Airtime. Und zwar komplett gerade bis jetzt. Jetzt kommen wir in eine leichte Neigung rein hier. Ah, und der frische Seewind weht uns in die Nase rein und löst die Verkalkung weiter hinten. die tiefsitzende Verkalkung des Brillis. So. Und da ist der erste Splash-Moment, Freunde. Da ist der erste Splash-Moment. Sehr schön. Und guckt euch das hier an, Alter. Guckt euch das hier an. Guckt es euch noch an. Ihr seid sauer hier. So gut ist es. Und am sauersten, am meisten sauer bin ich darüber, dass Leute, ja, dass Leute hier schon auf die Parkshow geklickt haben und schon abgeschaltet haben. schon abgeschaltet haben. Leute. Ernsthaft. Was denn da war euch nicht richtig? So, das hier geschippert machen wir mal ein bisschen schneller. Was haben wir denn eigentlich schon? Alter, what? Wir haben schon 40 Minuten. Das wird lang. Hier gibt es noch einige Coaster. Ei, 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 ei. Ich muss das ein bisschen schneller machen hier. Ich muss das ein bisschen schneller machen. Der letzte Park, meine ich, MKP wäre, also Nimsul, war auch zweigeteilt, oder? Ich meine, da haben wir eigentlich zwei Folgen für gebraucht. Da gab es ja dann das eine Ressort und das andere Ressort. Aber das hier ist ja alles jetzt ein Ressort. Ei, 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 ei. So, und zweiter Teil, Freunde. Zweiter Teil geht los. Jetzt geht es Richtung, jetzt geht es Richtung See. Jetzt haben wir hier die Schiffe am Start. und sind weit draußen. Alles sehr smooth hier. Also da kannst du auf jeden Fall mit der ganzen gesamten Familie mal reinballern. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt kommt eine sehr, sehr enge Kurve. Da bin ich mal gespannt. Passt das? Das passt. Und dann geht es nämlich direkt in den Splash. Das ist schon auf jeden Fall ein bisschen Fun-o-Fun. Sagen wir mal so. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und der dritte Lifte lässt natürlich auch nicht lange auf sich warten. Aber ich glaube, jetzt kommt kein Splash mehr. Ich glaube, jetzt sind wir wieder hier in diesem vorähnlichen Gebäude und juckeln langsam zum Eingangsbereich. Jawohl. Hier waren wir eben. Sehr cool. Also auch nicht zu lang. Auch nicht zu lang. Man kriegt was zu sehen. Man fährt über die See. Das macht schon Spaß. Hat die Airtime natürlich am Start. Das macht auf jeden Fall Spaß. Wir gucken uns weiter um. Wir gucken uns weiter um. Wir sind ja hier noch nicht... Oh, hier ist sogar eine Pizzeria. Hier ist Kanale. Hier, hier, hier. Ui, 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 ui. Und hier ist die Pride of the Sea. World first underwater. Oh, hier ist das. Oh, hier ist das. Oh, hier ist das. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh! Der ist powered bei Brilibi? Davon wusste ich ja nichts. Habe ich erfunden. Habe ich erfunden. Leute, mega geil. Vielen lieben Dank. Nimm's, Sul. Danke dir. Viel, vielmals. Sehr, sehr geil, dass ich hier einen Coaster sponsoren darf. Ich hoffe, der ist geil. Aber ich gebe... Leute, machen wir uns nichts vor. Allein hier, ja. Das sieht schon nach mir aus. Das muss man sagen. Das ist schon sehr Brilli-like hier. Hier mit den... Das ist ja hier... Das sieht fast aus wie Bioshock irgendwie, ne? Ach Gott. Auch der Brilli-Coaster ist natürlich kaputt. Er hätte jetzt die schöne Ausnahme bilden können, aber er hat dieses... Diese Möglichkeit natürlich verstreichen lassen. Der alte Brilli. Der alte Brilli. Naja. So, jetzt mal schnell reparieren, die ganzen Mumpets hier. Aber hallo. Aber hallo. Los, los, los. Wir wollen mit Brilli fahren. Äh, äh, mit Pride of the Sea. Wer ist denn da? Das Knöppel-Drücker-Mädchen. Wer bist du? Wie heißt du? Wie du heißt? Ach, sie sagt's nicht. Leute, sie sagt's mir nicht. Sie ist eher verschlossen. Wir wissen den Namen nicht von dieser netten Person. Wir wissen es nicht. Sie sagt's uns nicht. Normalerweise, bis jetzt hat mir niemanden, der uns das nicht gesagt hat. Aber auf meinem eigenen Coaster hier... Weiß ich nicht, wer das Knöppel da drückt. Was ist da denn los? Oh. Bin ich jetzt im Normal-Speed? Ja, oder? Ja. So. Pride of the Sea. Pride of the Sea. Werden wir abgeschossen? Unbekannte Frau. Danke dir. Aber winken tut sie, ja? So aufgeschlossen ist sie dann wieder. Leute, ich seh grad gar nichts. Was den ganzen Tag, ja? Mal hier, äh, äh, Wolken. Und jetzt, wo ich meinen Coaster bauen will, kommt ne fucking Sonne raus, oder was? Hier, Junge! Was liegt aus da oben jetzt? Gebiichtigeres als Sonne. Aber es hakt. Oh ja. Das ist die Brillimusik. Die hab ich damals komponiert. Ist schon länger her, 18, äh, 34, glaub ich, was. Ja, genau. Das ist die Doppelbrillitür. Die ist auch typisch für meine Coaster. Oh, geil hier. Unter Wasser. Unter Wasser sind wir. Mega. Und dann kommt gleich der Abschuss. Oh ja. Oh ja, Freunde. Und ich weiß, jetzt kommt der Speed nicht ganz so rüber. Wegen dem ganzen Ruckel-Dings hier. Aber wir haben schon ordentlich Speed hier drauf. Und dann wird mal rausgeschossen und man kriegt wieder frische Luft zu spüren. Na. Boah, der Leuchtturm. Der dreht sich sogar. Ja, der lässt der gemacht. Mega geil. Also, das ist ein absoluter Klassiker hier. Das kann nur, äh, gesponsert sein. Von einem sehr, sehr cool, äh, Typen, oder? Auf jeden Fall, Freunde. Oh, geil. Und er hat auch richtig Länge. Also, man wird hier abgeschossen. Wir haben immer noch den Speed vom ersten Abschuss. Kam ja noch kein zweiter oder sowas. Und, äh, juckeln hier über das Meer. Oh, nach außen geneigt. Ja, jetzt speichert er, oder was? Nee, er soll noch nicht speichern. Schön am Schiffsrumpf vorbei. Er ist am speichern, oder? Was macht der gerade? Nicht abstürzen jetzt nach sechs, kurz wie Minuten. Er rastet sich aber aus. Wir sind noch drin. Wir sind noch drin. Aber da oben stand nicht speichern. Ich weiß nicht, was er tut. Oh, jetzt hier nochmal ein Corkscrew. Über der Wasserachterbahn. Sehr cool. Oh, toll. Willi hat den besten Coaster hier im Park. La, 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 la. Oh, das wollte ich nicht. Geht nochmal runter. Ich dachte, geht nochmal los. Nee, nee, nee. Jetzt geht's hier zurück in die Station. In die Unterwasserwelt. Mega. Mega geil. Mega Speed. Mega Länge vor allen Dingen. Super Theming. Ich finde die Idee geil auch hier. Vor allen Dingen, muss man sagen, die Station. Die Station ist ja wohl der Oberhammer. Also eine bessere Station gibt es nicht. Das sieht mega geil aus hier. Fett. Fett, fett, fett. Richtig geil. Und dann muss man hier erstmal hochlatschen. Ich hoffe, da gibt's auch einen Aufzug. Also schon, äh, musst du auf jeden Fall, ähm, ein zweites Paar Schuhe mitbringen. Weil das erste Paar durchgelaufen ist, nachdem man hier einmal durch ist. So, jetzt bin ich aber noch ein bisschen unschlüssig darüber, äh, wo denn, warte mal, ich glaube nämlich hier hinter, ich weiß jetzt nur nicht, wie man vom Park aus hier reinkommt. Hier hinter ist ein Parkplatz. Und da geht's nämlich hier in das Hotel Melzström rein. Ja? Und das sieht ja auch schon geil aus. Und in diesem Hotel habe ich ja mein Zimmer. Und wir wollen natürlich mein Zimmer sehen. Ja? Hotel Melzström, hier schöne Lobby. Oh, da gibt's halt mal schön was Süßes, was zu essen, schönes Bierchen. Und seht, okay, guckt euch das an mit den Ankern. Das ist schon sehr, sehr, äh, mediterran. Äh, äh, nautisch angehauen. Ich glaube, wir haben Zimmer Nummer 8. Ich glaube, wir haben Zimmer Nummer 8, Freunde. Das müssen wir jetzt suchen. Da hinten ist 7. Da sind wir schon mal relativ nah an der 8. Wollen natürlich jetzt hier keine Fremdenzimmer sehen. Sind das hier nur ungerade Zahlen? Ja, ne? Äh, Brilli hat ein bisschen viel gebraucht. Hat er ein bisschen viel gebraucht, der alle. Der alle Büggel. So, dann ist 8 wahrscheinlich da. Au, ganz hinten. Hinten, unten sind wir. Ich glaube, 8 ist meins. Ich glaube, das ist meins. Oh, wir sind gespannt. Yes! Mein Zimmer. Oh, zusammen mit dir, Games. Das siehst du? Ja? Wir haben ein Doppelzimmer, dir. Sag ihr Grüß. Ich hoffe, du schnarchst nicht. Ja? Ich hoffe, du schnarchst nicht. Ich tue es. Manchmal. Wie geil sind denn die Betten hier? Wie geil sind denn die Betten? Mega geil nautisches Zimmer. Ja? Mega geil. Schön mit Fernseher, Badezimmer, alles da. Sehr, äh, äh, modernes Badezimmer. Und natürlich mit dem Blick nach draußen. Ja? Mit dem Blick nach draußen. Ah, toll. Sogar mit Balkon. Und dann, ah, guck mal. Tiha. Wir haben sogar direkt Strandzugang hier. Toll. Da können wir uns direkt braun brutzeln lassen. Ach, toll. Sehr, sehr gut. Ah, toll. Vielen lieben Dank auch hier für mein lieber Nemesul, dass wir hier einen, einen extra Raum haben. Ja? Und auch hier, es sieht einfach richtig geil aus. Es sieht einfach richtig geil aus. Ich freu' ich freu' mich. Ich freu' mich sehr. Ach so, der Leuchtturm. Wisst ihr, den will ich mir auch mal angucken. Was ist hier drinnen? Hinter der, 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 der... Gerade. Uff. Ah, nee, hier ist noch die Mink drin. Okay. Alles gut. Auch hier. Kann man sich überall hinsetzen. Ja? Die Schiffsschaukel schwebt über einem. Toll. Uh, das ist aber hier ein bisschen nobler, oder? Das ist aber ein bisschen nobler. Hier schön der Sternekoch, äh, äh, hinter der Pommes, äh, an der Pommesbude. Haha. Sehr cool. Und hier wird echt jedes Fleckchen, wird vom lieben Nemesul irgendwie benutzt und gebraucht und gefeamt und gemacht und getan. Es ist geil. Es ist einfach toll. Also, Wasserbereich auch einfach nur hervorragend. Ich finde, Christian Moon ist immer noch der geilste Bereich, auch wenn ich hier jetzt meine Achterbahn habe. Trotzdem, das sah einfach nur richtig, richtig geil aus. So, jetzt geht's hier Richtung Storm Valley. Scheiße, wir haben schon wieder 51 Minuten. Alter, Leute, was geht ab? Was geht ab? Könnte es die längste Parkshow werden? Es könnte sein. Es könnte durchaus sein. Die Air Lands Storm Valley. Wild und ungezähmt wie der Wind. Leben die Menschen im Storm Valley in Festungen aus Stein und Holz. Unter dem Deckmantel des Strombreaker. Ist das ein Fluss dann? Stormbreaker. Ach, Storm. Ich dachte, der Strom wie der Fluss. Ach, Leute. Es ist auch schon sehr, sehr spät, wie ihr seht. Ja, wir haben 24 Uhr und da lässt das Hirn auch mal nach und guckt euch das an. Jetzt sind wir hier im nordischen Bereich. Ja. Und ich finde, es passt auch immer von den Übergängen her. Ja, wir waren gerade am Wasser und jetzt gehen wir ein bisschen ins Landesinnere und dann sieht es halt so aus. Wir haben einen geilen Woody am Start. Wir haben geile Häuser am Start. Stormbreaker. River Styx. Parkexpress hält hier. Tornado Burritos gibt es hier. Das ist aber auch mal eine Nummer, oder? Schön der Tornado Burrito, der schön die Fresszeile wegbrennt. Naja, aber warum denn auch nicht? Ettenkarussell hier. Schön eingefasst. Fast schon brillant der Zaun hier. River. Alter, wie sieht das denn hier aus, Leute? Guckt euch das an. Richtig geil, oder? Da führt der Coaster auch drüber, ne? Geht ihr auch wieder zurück drüber? Auf jeden Fall einmal. Leute, richtig geil sieht es hier aus. Wir gehen in River Styx. Was ist das? Man sieht noch nicht viel. Ist das der Holz? Ist das der Woody? Howard by Sammy Ray. Der sagt mir zum Beispiel mal überhaupt gar nichts. Aber sei gegrüßt. Ah, alle Coaster sind kaputt. Alle Coaster sind kaputt. Ist das eigentlich, woran liegt das? Sind wir wirklich so lange schon im Park dann, oder? Vielleicht empfiehlt es sich da, wenn man den Park speichert. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist es nur eine Vermutung. Die Geschäfte zuzumachen. Weil derjenige, der den Park dann reviewt oder sich den Park privat ansieht, kann ja dann einfach alles aufmachen. Und dann sind die halt nicht kaputt, als wenn man sie so offen lässt. Und dann laufen die ja immer weiter. Und dadurch gehen die natürlich dann irgendwann kaputt, ne? Reibung und so, das ist ja... Ja, Wasserbahn ist es. Warum lasse ich die überhaupt reparieren? Ich trottel. Wir haben gar keine Zeit, jetzt komplett mit der Wasserbahn hinzufahren. Wir werden die ab... Wir werden die abgehen. Was mache ich denn hier? Willi, du olle Zippen. Das ist aber blöd. Also, es ist eine Wasserbahn, liebe Freunde. Habe ich gerade erst gesehen. Ich dachte immer, bei Powered by ist meistens dann ein Coaster. Aber nein, hier haben wir eine Wasserbahn. Und direkt mal Splash-Moment. Das sieht einfach geil aus hier. Das sieht einfach... Da willst du einfach auch durchfahren mit der Wasserbahn, oder? Und dann noch am besten, wie es jetzt auch passiert, dann noch reinfahren. Geil. Geil, geil, geil. Das finden wir wirklich sehr geil. Und dann haben wir jetzt hier einen kleinen Hof-Splash, ja. Im Innenhof quasi. Gibt es einen kleinen Splash-Moment hier. Unter der Holz-Achterbahn durch. Und es geht nochmal nach oben. Bereits der dritte Lifthill. Oh, Leute, da kommt noch so viel Scheiße. Wann soll ich das denn alles machen? Boah, guckt euch mal den Lifthill von dem Moody an, ey. Hei, hei, hei. Und da gibt es den dritten Splash. Und das ist der größte Splash, der hier schön, natürlich beobachtet werden kann von den Leuten, die da oben sind. Na klar. Wäre doch noch schöner. Wäre doch gelacht. Ne, die Achterbahn fährt dann nur einmal über diesen wunderbaren Bogen aus Holz. Sehr cool. Auch hier toll. Toll, toll, toll. Sehr schöne Wasserbahn. Auch vor allen Dingen, äh, ordentliche Länge. River Styx. Hätte man das nicht auch denken können, oder? Bei River, dass es sich um eine Wasserbahn handelt. Aber gut, man lernt ja nicht aus. Man lernt ja nicht aus. Schöner Shop jetzt hier auch noch am Start. Wir gehen jetzt mal hier über diese wunderbare Brücke. Toll. Und hier gibt es die Automaten. Hier gibt es die Automaten. Was ist das? Man weiß es nicht. Ich will da nicht dran rumdrücken. Na ja, geht irgendwas beim Coaster nicht. Man weiß es ja nicht. Ja auch, richtig geiles Restaurant. Kann man auch mal hier sich hinsetzen, ja? Und ein bisschen, ja, ein bisschen Natur. Ein bisschen auf die Bäume gucken, ein bisschen Ruhe genießen. Ach, toll. Toll. Stormbreaker, Freunde. Stormbreaker. Stormbreaker. Direkt die epische Musik am Start. Stormbreaker wird wohl der Woody sein. Und er ist powered bei Hannibal. Hanni, altes Haus. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Du kriegst hier den schönen Woody gesponsert. Das freut dich doch bestimmt, oder? Du kriegst auch nie den Hals voll, Hanni. Das ist wirklich so. Hanni ist nie zufrieden. Ja, der baut immer weiter. Macht immer. Tut. Ist aber nie zufrieden. Das ist der Hanni. Spaß. Alles gut. Äh, der Hanni. Oh, ne Zippe. So. Und müssen wir jetzt mal wieder reparieren, die ganzen Mumpets hier. Das braucht ja auch wieder Zeit, ne? Das ist ja auch wieder... Das braucht auch wieder Zeit. Oh, ich hätte gerne... Warte mal, hab ich doch. So, jetzt weiß ich, dass ich auch drei... So, Backpacks kann man natürlich abgeben. Muss man nicht. Doch, muss man, oder? Muss man schon. Dann könntest du ja nochmal gerade hier die Halle angucken. Sehr geil. Sehr schöne Halle. So. Jetzt mal durch. Äh, so. 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 Festen. Reinsetzen. Und wir sind natürlich wieder hinten irgendwo. Dankeschön. Anna drückt das Knöppchen und wir fahren los. Es geht los. Und es geht erstmal runter. Kriegt direkt Airtipe. Alter. Direkt nach der Station erstmal eine Runde Airtipe. Und dann mischt man auf den Lifthill drauf. Das habe ich mir schon gedacht. Und hofft, dass der Zug einrastet. Und nicht wieder zurückfährt. Ha? Höh. Uh. Entschuldigung. Aber man muss sagen, das ist hier mal eine ordentliche Höhe. Klar, man sieht die Baumwipfel. Aber das liegt halt daran, dass wir ja auch im Berg sind, der da entgegengesetzt auch nach oben geht. Also wir haben aber jetzt allgemein schon hier, würde ich sagen, mindestens 50 Meter. Boah. Und da gibt es hier aber richtig krasse Neigungen geht das hier. Und zack, runter her. Über den Bogen. Nicht, dass wir den Bogen hier ein bisschen überspannen. Das wäre schlecht. Aber sehr geiler Speed. Sehr, sehr geil. Oh ja. Da war ordentlich her. 45 Grad geneigte Kurve. Geht's hier in den Wald hinein quasi. Man riecht quasi das Kiefernharz. Also das ist schon so eine klassische Airtime-Maschine hier, oder? Sehr schön. Da, wo es geht, wird ein Huggel reingebaut. Sehr, sehr krasse Kurven überall. Lockbremse am Start. Da haben wir hier einen schönen Blick auf das Wasser-Areal nochmal. Einfach geil. Vor allen Dingen auch die Länge hier. Wieder perfekt gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Airtimes wir jetzt hier hatten. Wie viele Airtam-Hügel. 15.000. Mega. Und das alles, wie gesagt, mit einem Lift-Hilf. Das ist schon aller Ehren wert. Das ist schon aller Ehren wert. Das muss man sagen. Richtig geile Länge auf jeden Fall. Und da geht's, glaube ich, hier langsam, aber sicher wieder gehen. Eingangsbereich. Jawohl, da ist die Halle. Da ist die Halle. Ja, Hannibal, hast einen ganz guten Coaster. Ist nicht ganz, natürlich nicht ganz so geil wie hier Pride of the Sea. Aber ist schon ganz in Ordnung. Ist schon auch ganz in Ordnung. Ist auch gut. Hier guckt ihr euch mal den alten Baum hier an, oder? Guckt ihr euch mal den alten Baum hier an. Das ist der alten Baum. Da wird immer ein riesiges Fest drum veranstaltet. Äh, zur... Zur... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann. Zu Weihnachten. Ach, toll. Toll, toll, toll. Ich sag nur nicht, wo es lang geht, ehrlich gesagt. Hier durch. Blue Sky Sanctuary. Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Was wir bis jetzt noch nicht hatten, war ein Dark Ride, oder? Vielleicht hab ich ihn aber auch wieder übersehen. Guck, naja, auf jeden Fall mal von oben. Da, wo so größere Häuser sind, könnte es ja durchaus sein, dass da ein Dark Ride ist. The Air Lands. Blue Sky Sanctuary. In den Wolken verloren ist das Blue Sky Sanctuary der Ort, an dem der Himmel als Ursprung des Lebens gepriesen wird. Genieße den Sunset in der Celestial Wohnstätte und sei der Cloud Runner. Okay, das werden wir sein. Wir sind sowas von der Cloud Runner, Alter. Oh, das ist jetzt hier schon so ein bisschen, äh, 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 asiatisch angehaucht. Ach, guck mal, hier hält nämlich das Parks Boat Ding, wo man am Eingang rein konnte. Der hält hier. Ja, ein, ein, ein Weiß asiatisch, was wir hier heute erleben. Ist ja sonst immer rot, hat ja sonst immer Rottöne. Aber hier sind wir mal in einem bläulich-weißlichen Asien unterwegs. Ich weiß halt nicht, ob die Bäume, äh, so gut nach Asien passen. Klar, die wird's auch irgendwo, wird's da, äh, Tannen geben. Aber ich fühl mich hier so ein bisschen wie eigentlich in Kanada oder in den Alpen, aber mit Asienschmuck. Lada, du. Aber das ist, das mag sein, dass das einfach nur, äh, ist, weil ich halt hier groß geworden bin. Aber da wird's die Bäume natürlich auch geben, hä? Kiefern, Lärchen, Kiefern, Pfannen, Lärchen, Kiefern und vielleicht auch hier und da mal eine Nordmantanne. Leute, und jetzt sind wir hier aber drin, ne? Jetzt sind wir hier aber drin. Sky Temple. Was ist Sky Temple? Oh. Das ist er hier. Das ist er hier. Der hebt sich da wieder empor, Freunde. Der hebt sich hier zwischen den Häuser rein. Das ist auch ein krasses Teil, oder? Das ist ein Stahlkoloss, mein lieber Scholli, ey. Puh. Jetzt runter her. Sehr geil. Oh, da ist der Cloudrunner. Freunde, da ist der Cloudrunner. Ach, hier geht's rein. Okay. Bei 8-Bit-Josch. Gähne ich auch nicht, oder? 8-Bit-Josch. Ist das ein YouTube-Kanal? Hellcoaster? Höchstwahrscheinlich. Oh, da ist der Lift hier. Der Sessellift. Oh, das ist ein Wingy. Oh, das ist ein Wingy, Freunde. Ist das der da? Ist dahinter noch ein Freefall Tower, oder was ist das? Na, wir sind gespannt. Wir gucken uns das alles an. Wir gucken uns das alles an. Was haben wir? Ja, die Stunde haben wir gesprengt. Klar. Ist klar. So. Wingy, 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 Wingy. Ach, Wingy. Erstmal kaputti. Wingy kaputti. Wingy kaputti. Wingy repareri. Wie viele haben wir jetzt schon eingestellt? 20? So, mach go jetzt. Repariere den Eumel. Dreh mal bitte Kreuzschlitz rum. Dreh mal Hammer rum. Mach mal hier einen neuen Muttern ran. Und ein neuer Kabel muss auch ran. Und einen neuen Knopf. Was habt ihr hier gemacht? Alle kaputt. So. Du hast den repariert. Das ist gut. Die liebe Shang Mao drückt jetzt das Knöpp hier. Wir gehen rein. Oh. More Thrilling Seats. 4 und 1. Softer Seats. 2 und 3. Ja, Thrilling ist natürlich geiler. Also bleiben wir hier sitzen, ne? Arms and Legs bitte drin halten. Ich hab mich noch nicht auf Testen gedrückt, ne? Na, das ist schon wieder ein Zeichen dafür, dass man extrem nah an der Bahn geteamt hat. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das wollen wir ja. Wir gucken uns das an. Das ist aber nicht der Hohe da hinten, oder? Das ist auf jeden Fall ein Abschusscoaster. Ich hab nichts von der Strecke gesehen, irgendwie. Wo führt der lang? Wo führt der hin? Was geht ab? Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier schön beschleunigt, meine lieben Freunde. So. Mit Countdown hier. Mit Countdown, Freunde. Und ab geht's. Geiles Restaurant hier übrigens. Ich muss was trinken. Die Stimme. Die Stimme. Geil. Klassischer Wingy hier. Schöner Speed. Schöne Inversion. Sehr smooth. Das ist auf jeden Fall nicht der Hohe, den wir da hinten sehen. Das ist eher hier ein Klassico. Das ist eher ein Klassico. Bis, äh. Er macht das aber auch immer alle so, ne? Jetzt war eine Zeit lang, war Flaute, was Parks angeht. Du musst echt lange suchen im Workshop. Und jetzt auf einmal bringt ihr alle gleichzeitig eure Parks raus. Nimsul, Midorca, ja? Da hab ich noch etliche andere gesehen jetzt im Workshop, die da präsentiert werden und die richtig gut sein sollen. Leute, jetzt haben wir wieder hier Material. Hört auf. Könnt wieder aufhören, wir bauen. Nein, baut weiter. MKP, ich hoffe, du bist schon wieder am nächsten Park dran. Wehe, wenn nicht. Sehr geiler Coaster hier auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch wieder. Man muss sagen, ich weiß nicht, inwiefern das realistisch ist. Sie sind schon alle sehr lang. Ich meine, das ist geil für diejenigen, die in den Park gehen. Aber ich weiß nicht. Ist schon lang. Ist schon lang. Aber sie kosten ja auch, ne? Was kostet ein Meter Achterbahn? 2,50 Euro bestimmt. Und dann so lang ist natürlich dann relativ teuer. Das Ganze. Aber, mega geil. Mega geil. Wir müssen gleich mal gucken, wo das hier eigentlich hinführt. Wir sind ja jetzt hier relativ weit oben, glaube ich, auf einem Berg. Aber wo führt denn der... Der hier hin? Wir gehen mal da runter. Fühlt hier auf jeden Fall richtig geil an dieser... An dieser, äh... Betonkonstruktion vorbei. Oh, der führt da irgendwo rein. Ne, das lassen wir erstmal. Das lassen wir erstmal. Wir sind hier noch nicht fertig, oder? Aber Sanctuary ist auch, glaube ich, nicht so groß. Ist, glaube ich, nicht so groß. Weil das Sanctuary ist ja eigentlich immer nur so ein Gebäudekomplex. Was ist denn da hinten? Voidfall. Was ist denn Voidfall? Haben wir ja gar nicht gesehen. Bin ich so jetzt dran vorbeigegangen? Ach, Voidfall könnte... Ja, 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 ja. Voidfall ist der, ähm, der Sessellift. Alles klar. Gut. Okay. Also auch hier. Sieht richtig wirklich so, wie so ein, wie so ein, äh, Windschloss aus. Ja? So ein Luftschloss. Eure Träume sind übrigens Luftschlösser. Habe ich gesagt. Aber hier mal die Aussicht. Hinten auf, äh, die, äh, die Holzgegend. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, dann geht's hier, glaube ich, lang. Dann geht's Richtung was denn überhaupt? Void Citadel. Richtung Void Citadel. Storm Valley. Void klingt natürlich nach, äh, Schnelligkeit irgendwie ein bisschen. Wie sieht das hier eingepflügt, oder? Megageil. Wo bin ich? Wo ist der Weg? Wir sind vom Weg abgekommen. The Voidlands.